Heyo Leute und Willkommen zu einer weiteren Overwatch Ranked Episode. Ich habe wieder Bock ein bisschen Ranked mit euch zu zocken und das machen wir auch heute. Und wir sind auf der Map Numbani, sehe ich gerade Angriff. Jetzt muss ich mal gerade selber gucken. Wir haben keinen Healer. Numbani, Numbani. Na, nehmen wir Mercy. Mercy ist gut. Mercy spiele ich ja relativ oft hier im Rank-Modus. Ich kann es mal gerade mal zeigen. Freunde, Michi-Man. Wo haben wir es? Da haben wir es. Laufende Ranked. Ja, seht ihr, was ich so aktuell im Ranked zocke? Und ich bin hart am Suchten. Also den Ranked Modus. Ich will unbedingt diese goldene Reaper-Waffe haben. Die will ich unbedingt. Ich habe mittlerweile schon 1000 Punkte. Über 1000. Ich weiß nicht genau wie viel. Sehen wir nachher noch am Ende. Und ich will unbedingt die Reaper-Waffe in Gold haben. Ich will sie unbedingt. Da bin ich schon die ganze Zeit scharf drauf. Das ist einfach so geil. Wenn ich es endlich habe, dann ist mein Ziel erreicht hier. So. Konzentrieren wir uns. Wuhu. Fuck auf die Scheiß-Trailer. Komm, Leute. Voll yes. Oh yeah. Farrah haben wir auch. Das ist nice. Oh, das ist nicht gut. Da. Oh, da. Die will mich hart. Ja, da hat sie mich. Da wolltest du mich hart. Die Bitch. Die alte Bitch. Ja, das ist dann klar. Wenn wir nur einen Healer haben, ne? Ja, wir haben nur einen Healer. Das ist natürlich garstig. Oh, fuck. Ich bräuchte am besten noch einen zweiten Healer, Leute. Also. Ja, ja. Das ist immer so ein Tipp, ja? Ist nur so ein Tipp, ja? Das ist nur so ein Tipp. Ich muss natürlich nicht auf mich hören. Nee, 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 muss man nicht. Aber da rennt er schon weg. Was mit dir? Na, das schon da. Oh, jetzt aber. Oh, sehr schön. Oh, jetzt hat er sich das gecratzt. Ich fasse es nicht. Oh, das. Ja, er ist ein Mesh. Aktiv. Ja. Trotzdem sind wir da und trotzdem. Weil er irgendwie so weggegangen war. Oh, immer. Ah, nee, der war es. Der war ja die ganze Zeit. Gute, habe ich nichts gesagt. Ah, ja, sehr schön. Sehr schön, sieht gut aus. Ja, schön blau. Blau ist gut, blau ist gut. Oh, Firenode. Okay, wir können einen retten. Für einen bin ich da nicht... zu haben. Ah, ja. Da sind sie auf einmal alle. Das hätte ich jetzt doch retten sollen. Das wäre besser gewesen. Ja, komm, das kriegen wir. Komm schon, den Punkt kriegen wir. Oh, der Reinert ist da. Nein. Er down. Ah, fuck, Mann. Diva, komm her. Komm her. Komm her, bro. Nein. Ah. Oh, lol. Ah, diese Garsting-Randoms. Aber was mache ich auch, wenn ich das mal so gerade sehe? Fuck, Mann. Fuck it. Fuck it. So, komm schon, den Punkt kriegen wir irgendwie. Ah, nein, der Reinert. Ja, hier. Toll, hat keine Hand. Ich habe schon, jetzt aber. Töte die Mercy. Oh, Gott, auf ist dick. Ja, das war klar. Na, jetzt kriegen Sie es oder was? Jetzt, wo ich wieder tot bin. Oh, hi, noon. Hier hat ein hi, noon. Für unser McCray. Strong. Ah, hier, komm, ich habe dich. Schön, früchen. Schön, schön, schön. Ist gut, ist gut. Wo ist die Fracht? Ach, da hinten. Uh. Sehr nice. Gut, haben wir übrigens schon mal den Punkt eingenommen. Das ist nämlich ganz wichtig. Uh. So, dann, warten wir mal ab. Ja, genau so was. Yeah. Sehr gut, sehr gut. Hat schon sehen. Der Kräuter oben ist schon leicht gedamaged. Okay, er hat schon, er hat schon, gut. Hier, bro, wo ist mit dir? Oh, komm schon. Oh, fuck. Oh, nein, der ist nicht gut. Oh, fuck. Ja, 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 ja. Da kam das Jungle Rat. Aber Zarya hat mich getötet, okay. Nicht das Rad, alles klar. Gut. Haben wir das auch erklärt? He, 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 he. Doomfist. Doomfist. Ich habe jetzt irgendwo letztens, irgendwo gelesen, dass Doomfist jetzt tatsächlich noch erzählt. Irgendwann erscheinen soll. Wenn ich es richtig gelesen habe. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber so ein neuer Held wäre immer wieder nicht schlecht, wa? Oder? Oder? Oh, fuck. Oh, der, dieser Affe. Ha. Da geht er hart ab. Ah, da gehe ich mit dir in den Luftfahrer. Schön, schön, schön. Sehr schön. Ah, nein, das ist nicht gut. Ah. Da kommt dieser scheiße Affe. Ha. Und bleibt einfach an mir kleben. Unglaublich. Unglaublich. Aber okay. Wir haben nur nicht einmal gerätzt, was die sind das für... Ah, jetzt kann man kommen. Jetzt aber. Ah, fuck it. Komm schon. Sehr gut. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein. Okay, wenn der Affe da kommt, da habe ich echt keine Chance. Das bleibt halt echt an einem kleben. Fuck. Aber sie sind fast am Ziel. Oh, meine Nase, das ist nicht gut. Ah, okay. Ja, du kriegst noch ein bisschen Damage. Aber komm, hoch. Nice. Ja, schön, macht damage. Sehr nice, sehr nice. Letzter push, würde ich sagen. Ah. Überlebt, Leute, überlebt. Ah, Kartoffelstieg. Ah, das ist gut. Oh, 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 oh. Fuck, man. Da ziehen sie alles. Molten Core, Tracer Bomb, alles. Krasse Scheiße. Ah. Hauptsache, der McCree macht noch gerade schön die Kills. Ha. Wir sind eigentlich relativ weit gekommen. Oh, yeah. Wir dürfen in die Scheiße mal. Ah, und zwar... Symmetra. So. Symmetra nehmen wir. Ist auch mal was Neues. Das nehmen wir auch nicht allzu oft. Also jetzt in den Videos habe ich das eigentlich relativ selten gehabt. Wenn überhaupt. Ich bin mir nicht sicher. Und er nimmt McCree. Ha. Er nimmt McCree. Natürlich. Was auch sonst. Warum soll er auch einen Torvian oder einen Bastion nehmen? Warum? Braucht man ja nicht, ne? Oder einen Mei. Warum? Warum überhaupt? Braucht man nicht. So, und guck mal, was wir hier mit der Symmetra reißen können. Ja, wenn es alles schön geschildert. Yeah. Einen habe ich vergessen. Kommt da hinten. Yeah. Greetings. Greetings. So. Orlek, der hat hier die goldene Diva-Waffe. Wie geil ist denn das? Oh, ich will da auch meine goldene Diva-Waffe. So. Da schön. Dann da oben noch. Jetzt haben wir aber einen Schluck auf. Was haltet das? Ne, machen wir es hier oben. Ha, da oben. Hey, hey, hey. Ah, ihr Nerds. Kommt ruhig her. Einen habe ich noch. Machen wir mal einen dritten hier hin. Kommt. Und einen, weil wir es können. Hier oben. Hey, hey, hey. Ja, warten wir mal ab. Oh, der Affe. Ich höre ihn. Gehen wir mal da hoch. Beziehungsweise hier hin. Ja, da ist er. Affe, Affe. Ich hoffe, mein Team hat es gecheckt. Lässt mich jetzt nicht so allein. Na, hier da. Komm her. Ja, jetzt ist es schön gesaugt. Bro. Oh, lag. Die scheiß Tracer, man. Oh, der wird ja noch geschildet. Nice. Wo ist er? Da ist er. Oh, fuck. Wir müssen... Oh, fuck die Tracer. Die dürfen nicht sterben. Die dürfen nicht sterben. Nein, lass mich bloß nicht sterben. Oh, 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 oh. Oh, fuck die Tracer. Diese scheiß Tracer, man. Wir müssen unsere Dingens legen. Nein, nein, nein. Ah. Wir müssen es irgendwie, aber... Bringt nix. Fuck. Ah, wir können schon wieder Ragen. Fuck it. Ja, Symmetra kann man auch. Jetzt kann man... Ja, das ist schon kaputt da. Fuck the shit. Ja, toll. Jetzt wollte ich gerade wechseln. Ah, leck mich doch. Dann können wir... Wo ist unser Wechselpunkt? Der ist da hinten am Arsch der Welt, man. Da laufe ich jetzt nicht hin. Komm, da sterbe ich einmal so. Nehmen den Tod einmal so im Kauf. Ja, Kartoffelskrieg. Du mich auch. Du mich auch. Rosenbitch. Der Herr. Komm schon. Gibst mir Harz. Wir sowas brauchen wir. Wir brauchen... Ja. Ja. May kann ich überhaupt nicht. Ein Bastion wäre jetzt schon hier so offensichtlich, aber... Komm in den Bastion. Irgendwas müssen wir ja nehmen hier. Wir haben einen Torbjörn. Alles klar. Aber die haben keinen Genji. Das ist gut. Das ist gut. Aber die haben kein Problem. Easy peasy für die. Und die Tracer ist halt saugut. Und wir kriegen nichts geschissen. Ja. Nichts geschissen. Gar nichts. Das sah ja eigentlich ganz gut aus am Anfang, aber... Jetzt kacken wir halt komplett ab. Weil ja Leute... Zum Beispiel McCree die ganze Zeit spielen. Oder Farah die ganze Zeit. Ja, die kommen wir hier, ey. Easy peasy für die. Nein. Das lasse ich nicht zu. Nein. Das lasse ich nicht zu. Ja, wo ist er? Da ist er. Ja. Ja, ja. Oh, ja, ja. Komm. Oh, wo ist er? Da ist er. Yeah. Leck. Wie haben wir das jetzt hier noch bekommen? Ich weiß auch nicht. Der Herr. Aber geil. Geile Scheiße. Ja. Da ist er down. Die Alhudu. Was macht der Reinhardt? Da rennt er noch ganz weit vorne. Warum? Total bescheuert. So, komm jetzt her. Okay, Affe down. Und wir sind auch down. Aber gut, wir haben den Affen getötet. Auch was gebracht hat? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Da sterben sie schon wieder. Da sterben sie schon wieder, die Leute. Und die Scheiß-Trazer, sie wuselt hier rum. Das geht mir so auf die Nüsse. Und. Er stellt seinen Tord hier hin. Alter, und ich krieg nichts geschissen als Spacetion. Beziehungsweise mit dem Ult. Leute, wie weit bin ich auch geflogen? Das hat mich schon da weggeschleudert. Hammer. Komm schon. Er stellt sein Tord, ey. Alter, das gegnerische Team muss ich bestimmt auch voll abfacken. Ah, Mann. Komm doch her. Ja, endlich. Komm jetzt her. Wo ist er? Da ist er. Down ist er. Gut. Aber er lässt es noch aushalten. Zwei Minuten. Ich weiß es nicht. Wenn unser Reinhardt hier keinen Scheiß macht. Ja, die Trailer lässt mich jetzt gar nichts mehr machen. Wo ist der Affe? Ich hab keine Ahnung. Oh, mein Gott. Ja. Da ist die Trailer. Ja, jetzt bin ich down. Oder auch nicht. Leck, Alter. Unser Lucian. Hat's gerettet. Und dieser fucking Trailer hier. Oh. Da hat er mich echt noch bekommen. Diese Scheiß Trailer. Die ist auch echt gut. Hammerhart. Ah, nein. Nein, 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 nein. Aber dieser Affe, Mann. Hör doch auf. Nein, 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 nein. Dieser Scheiß Affe, Mann. Wie ich da rumstehe. Zu geil, zu geil, komm schon. Nimm ich mit, Diva, nimm ich mit. Ich hab einen Old Ready. Yeah, das ist gut. Da war echt nichts geschissen gerade. Müssen uns heilen. Ja, Helden sterben nicht. Alter, der Affe hat schon wieder Ult. Das gibt's nicht. Oh, leid. Ah, fuck, Mann. Ah, fuck, Mann. Ich komm auch echt zu nichts. Also, die machen das gut. Die machen das echt gut. Oh, es ist umkämpft. Das ist nicht gut. Ah, doch. Black Bones. Ja, komm schon. Ich muss da weg. Ich muss, ich darf nicht so nah ans Fahrzeug. Das sieht's bad aus. Ja, das sieht gut aus. Ja, das ist sehr gut. Haben wir das echt noch gewonnen? Aber irgendwie hab ich mich total nutzlos gefühlt. Äh, nutzlos gefühlt. Als Mercy nutzlos, irgendwie Symmetra nutzlos und irgendwie hier auch als Bastion total nutzlos. Ich weiß auch nicht. Aber egal, wir haben gewonnen. Das ist gut. Okay. Gut, ja. Boah, kann man da so machen. Muss man aber nicht. Wer kriegt's? Wer kriegt's? Wem gebe ich's? Ja, hm, hm, hm. Ja, komm hier, der Lila. Die Lucio. Ja, der bekommt's. Oh, leck, da gibt's erstmal fett EP. Das ist mega nice. Das ist richtig geil. Wenn man dann richtig fett EP bekommt. Ha. So, jetzt gucken wir mal gerade. Ja, bin ich hier. Genau, meine Statistik. Ja, hier, 1020. Mittlerweile. Ich war da nur so lange, bis ich die 3000 hab. Ah, geil, ja. Da, gut. Na gut, so. Mama, der stellt Schluss. Und ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Falls ja, hier lasst mir ein Like und ein Kommi. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschö, bitte.